Maniacs vs. Chronostorm 0 bringen, also auf S-Rang, dann habe ich schon mal 3 von 5 auf S-Rang. Das ist schon mal einiges. Oh, nee. Das, 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 das. Nee. Da kommt der Teuter zu weit raus. Das war nicht so gut. Okay. Oh mein Gott. Dreck geblockt. Krass. So. Gucken wir mal. Okay. Dann schauen wir mal. Wie? Ey, manchmal verstehe ich das nicht. Manchmal laufen die, sind die langsamer. Oh mein Gott. Sind die langsamer unterwegs. Ich würde sagen, ob eine Granate wird. Ich glaube, das ist doch die härteste Spur. Von den Mannschaften her. So. Äh, wir gehen auf Abseitsfalle. Ich muss mich hier auch jetzt stark konzentrieren, was das angeht. So. Dann rollen wir mal. Gucken wir mal. Wie es so läuft. Okay. Da kommt kein Kampfgeist. Na dann. Schauen wir mal, dass wir das 1-0 machen. Wir haben auf jeden Fall schon mal gegen eine Krono, ähm, Krono-Stormannschaft gespielt. Ich glaube, auch so gehen an der 990er-Tour. Ähm. Ja. So. Wenn es funktioniert, dann könnte ich, wenn alles gut läuft, diese Woche diesen kleinen Strang durchschaffen. Und dann können wir mit den linken Strang weitermachen. Mit den 10 Mannschaften. Und dann ist es vorbei. Also. Ein paar Wochen. Ein paar Wochen wird es auf jeden Fall noch dauern. Ähm. Ich habe auch schon gemerkt. Man macht eine Woche dazwischen Pause. Ich habe es immer so zwischen, äh, so 100, 150 Aufrufe. Also halt so. Ja, also circa 150 Aufrufe im Durchschnitt, äh, in den letzten Wochen dann bekommen. Uff, alles weg. Jetzt, jetzt bin ich wieder bei 50. Das ist schon, das ist schon immer heftig. Da ist man einmal. Einmal. Macht man da so eine Pause. Oder eine Zwangspause. Weil halt das Leben halt anders mitspielt. Ähm. Ja. Egal. Ich werde es noch zu Ende bringen. So. Ruckisch steht fest. Weil dann habe ich alle, alle Touren von den ganzen Inazuma Eleven, äh, ähm, Sachen. Oh mein Gott. Den packen wir dringend. So. Ich muss auch aufpassen. Wir können jetzt noch ein einziges Mal Abseitsfälle einsetzen. Man merkt, die sind auf jeden Fall viel, viel, viel stärker unterwegs. Ups. So. Wie kriegen wir das jetzt am besten hin? Okay, da kommt Kampfgeist. Äh, wir holen uns schon mal den Trocheltal raus. Hier. Atlantikus, komm her raus. Da kommt Ron Hills. Okay. Alles klar. Atlantikus, let's go. So. Und jetzt die Frage. Kommt der genau dahinten an, wo ich hin will? Ja. Könner direkter Schuss. Zack. Vollmondfall. Let's go. Dann können wir ihn austauschen. 3.900. Solange er kein Quid bekommt, sollten die 3,5 auch ausreichen. Wow. Guck mal, er macht 3,1. In 10. In 10. Also es reichte gerade so aus. Perfekt. Gut. 2,0 steht schon mal fest. 3 Tore fehlen noch. Erste Halbzeit ist, ähm, auch fast vorbei. So. Taktik. Let's go. Wir holen die Nava rein und wir tauschen tatsächlich einmal aus. Jetzt switchen das einmal hier hin. Ich würde sagen, wir tauschen auch bei... Ja, ich glaube, wir müssen schon unsere stärksten Männer und Pro schon mitnehmen. Ich versuche es halt. Aber, äh, man merkt schon, ich muss schon meine besten Leute einsetzen. So. bringe ich das mal schön drauf. Spezial-Taktik, da kommen wir wahrscheinlich wieder Heber-Optik. Okay. Ja. Alles nicht schlecht, alles nicht schlecht. Okay. Okay, 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 okay. Oh! Okay. Okay. Der Ball kam natürlich... Okay, perfekt. Der hat auch einen Ablauf bekommen. Dann ist es ja in Ordnung. So, einmal da hinten hin. Hier hin. Und einmal schön laufen. Die Naba, kein Abseits. Wunderbar, wunderbar. Pentragon, let's go. General, der Generäle. Und es wird gesagt, ich soll schießen, dann schieße ich auch. So, 3-8. 3-8, let's go. Quatsch. So, da kommt nochmal magische Hand. Und da macht er jetzt nur aus irgendeinem Grund nur noch 2-3. Gerade war er bei 3-1. Das ist schon sehr, sehr schwach. Einfach mal... Äh... Jetzt kann ich nicht rechnen, ich wollte 800 sagen, aber... Passt das? Ja. Nee, nee. Äh... Doch. Doch, 800. 7-1, doch 800 weniger. Unglaublich. Nageln wir uns jetzt da nicht fest. Okay. Was, 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 was? Okay. Okay. Äh... Kann man wieder zurücklaufen? So, Eislauf wird nicht funktionieren wegen Orbitgranate. Alles kein Problem. So, wir könnten eine Soul aktivieren. Aber, ich schau mal. Ja, ich denk mal, wir könnten eine Soul aktivieren. Oder wir aktivieren noch einen Kampfgeist und pauschen mal alles aus. Inaba, wo bist du? Ist das Abseits? Kein Abseits. Nein! Ach, wie ich das immer hasse. Im Angriffsmodus einfach nachmengen ist. Aber egal, wir haben drei Tore schon mal. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Da ist zwei noch. Dann war's das. Okay, wir müssen auch verteidigen. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. So, er kann noch was machen. Brandfallbohrer wird leider gewinnen. Aber die können halt gerade nichts machen. Oh, er foult. Sehr gut für mich. So. Und dann können wir direkt einen Schuss machen. Ah, ich seh gerade, der Kampfgeist ist ausgegangen. Okay, der kann nichtmals in Rüstung reingehen. Ja, okay, dann ist es ja jetzt easy. Ich weiß jetzt nicht, ob die austauschen, ob jetzt Sam reinkommt. Aber das ist ja nicht Chronostorm. Da gab es ja keinen mehr. Da gab es ja tatsächlich keinen mehr, der, äh, der Subundung hat. Ja. Ja, easy. Okay. Jetzt. Jetzt ist Ende im Geländer. Gut, wir werden einmal austauschen, damit der Kampfgeist wieder schnell frei wird. Ist eine gute Taktik, ey. Also schnell auswechseln. Äh, ja, dann können wir ihn wieder einwechseln und dann können wir definitiv, ähm, das einmal so machen. Können einmal eine Soul aktivieren. Jetzt habe ich ja wieder Einkampfgeist vorne frei. Das können wir jetzt auch so fortun. da nehmen wir unseren guten Büffel. So. und jetzt heißt es einfach nur abwarten und Tee trinken. Gucken, dass wir hier jetzt herankommen. Sehr gut. so. Könnten es probieren hier. Mit Normalschuss. Göttliche Weisheit. Let's go. Vielleicht reicht das ja schon aus. Okay, wir machen nur 1,9. Man merkt's, ne? Man merkt, Overdrive und so fehlt auf jeden Fall. Unendliche Hand könnte er halten. Tut er auch. Ist aber erschöpft. Vielleicht ja. Genau, das meine ich. Vielleicht kriegen wir den Ball noch. Schade. Schade, schade, schade. So, Goldiline, Windhose. Das, oh, okay. Okay. Hopper. Ja, das hab ich mir schon fast gedacht. Äh. Ja gut, dann würde ich sagen, knallen wir da Dinge jetzt rein mit 5,0. Können auch hier den hier nehmen, ist ja eigentlich jetzt egal. So, zack. Bumm. Und das sollte es gewesen sein. Da können wir direkt auf den Rüstung reingehen. 4,1. Also fast 4,200. Das sollte mehr als ausreichend sein. Da kommt ein Flammengriff. Also, ich bitte dich. Ich bitte dich. das reicht auf jeden Fall aus. Sehr gut. 5,0. Wunderbar. Das heißt, jetzt nur noch die anderen beiden Mannschaften. Dann bin ich auf die Thron gespannt. Deswegen mache ich das auch. Gucken wir mal. Was war das Erste? Gute Frage. Nächste Frage. Gehen wir mal auf Besselangriff. Schade. Mal gucken. Was kommt da? Nichts. Gehen wir auch mal in der Soulangriff mal. Ah, ist aber auch nicht wirklich viel, ne? Wollen wir das so sagen. So. Gehen wir mal in Rüstung rein. Himmelsstunde könnte man auch mal wieder leveln, aber irgendwann ist es halt schwer. Aber Himmelsstunde kommt durch. Sehr gut. Jetzt passt fast am Ende. Vielleicht kriege ich Level ab. Vielleicht aber auch nicht. Nein, ist aber nicht so schlimm. So. Weiß nicht, ob die Konterschuss haben. So, Trümmersturm wird wahrscheinlich, ja. Ich denke mal, weil Trümmersturm einfach nicht gelevelt ist. Ähm. Sieht schlecht aus. Ja, weil führen, weil wir safe gewinnen. Wenn nicht, wäre es merkwürdig. Du kommst hier nicht. Vorbei. So. Oh, 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 oh. Sarnak. Wir gehen mal auf Eierkuchenfalle. Sicher, sicher. Ja, Dampflok ist passend auch zu, 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 zu dem, zu dem Bull, ne. Ist auch witzig. Äh, aber halt relativ schwach. Auf der Brust. So. So. Aber eigentlich hier noch was her. Doch, wir haben jetzt wieder was frei, ne. Ja, komm, nennen wir mal den weißen Drachen. So, weißer Drache. Pfeiliger Lindwurm. Warte mal, wir machen das mal lieber so. und gehen auf weißen Podem. Let's go. Da, guck mal. Da macht er einiges mehr. Knallen wir noch mal ein 6 zu 0 rein. Wunderbar. Lammgriff. Wird nicht ausreichen. sehr, sehr, sehr cool. So, wunderbar. Bonus Storm ist wohl nicht so stark, wie man glaubt. Gehen wir mal direkt drauf. Aber Satz, Spiel und Sieg. Eigentlich heißt es ja Satz, Spiel und Sieg. Ähm, wunderbar. Das heißt, zwei Mannschaften noch, die würde ich schon gerne machen, bevor ich mit den neuen Strang angehe. Und joa. Ich hoffe, ihr seid weiß hin dabei bis zum Schluss. Und dann, ähm, ja, gucken wir mal, wie ich das mit den Gegenstücken noch anhabe. Ob da überhaupt noch Lust besteht, weil ich es bereits schon mehrfach erwähnt habe. Aber ohne Kommentare wird es schlecht, wird es schlecht, ähm, bewertbar sein, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Ähm, mal schauen. Gut, ähm, Königsslinge haben wir bekommen. Ja, kann man wahrscheinlich noch irgendwo nutzen, aber habe ich ja bereits schon auf, ähm, Soen. Ähm, von daher passt das. Vier Münzen, vier Lila Münzen. Manchmal gefühlt wertvoller als die Goldenen, muss man dazu sagen, weil man viel mehr von den Lila braucht. Ähm, gut. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen, fürs Dabeisein und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Spielmatch wieder. Also, bis dann. Ähm, 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 ähm,